so herzlich willkommen bei eurem kanal von silicon bread ich bin heute da um euch zu zeigen wie ihr am effizientesten wird holz farmen könnt und vielleicht euch die chance eure chance nutzen könnte einen legendären gegenstand zu ergattern ja wie ihr seht bin ich hier ein lichtholz hier unten rechts in der nähe des stein des alchemisten hier findet ihr diesen platz an der stelle spawnt regelmäßig ein rare mob bei dem ihr die möglichkeit habt einen legend abzufarmen oder sogar ein epic ich habe den gerade schon mal eine drauf gehauen da kam jetzt bloß was grünes aber aber auch zum beispiel dieses schwert hier bekommen wegen dem wildholz könnt ihr ganz einfach hier diese bronze heitererwölfe farmen die spawnen sehr schnell und haben einen sehr hohen output also im gegensatz zu im gegensatz zu ja sowohl zu den wildholzbäumen könnt ihr die wesentlich schneller abfarmen und habt einen deutlich erhöhten ertrag jetzt auch keine effekte an um mehr zu generieren aber hier 89 wird holz plus ist es schon ordentlich zumal die spawnrate hier im sekunden wenn wenn im geringen minuten bereich liegt man hat hier vier dieser wölfe einmal hier wo ich gerade war hier oben dann da vorne links und rechts also wenn man wirklich farmen möchte kann man hier in einer runde zirka im besten fall 400 wird holz abfarmen und bis man die runde gemacht hat ist der wolf bereits wieder gespawnt sollte also recht zügig gehen schauen wir mal was der wolf uns bringt 84 geht also relativ schnell um mal den vergleich zu zeigen da vorne ist ein kleiner wird holz baum und selbst der größte den ihr relativ lange netto jetzt greift mich der kerl an aber ich nutze jetzt trotzdem sind gerade mal neun stück und ich hoffe ich konnte euch helfen oder ihr habt den trick noch gar nicht gekannt gerne einen daumen nach oben lassen wenn euch das video gefallen hat und abonniert unseren kanal dann verpasst ja nichts wir sind auch auf Twitch und haben auch einen Discord gerne könnt ihr da auch mal vorbei schauen dann wünsche ich euch fröhliches Looten ok so